Musik 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 Die kriegen ja ein neues Fachgebäude Und Mikroskope, wo wir das mit auf der Wand sehen können. Wo liegt das Problem? Wir brauchen Sponsoren! Deshalb brauchen wir Ihre Unterstützung! Wir freuen uns! Im nächsten Jahr gibt es unseren neuen Fachtag, da werden Biologie und Chemie dann in den neuen Räumlichkeiten unterrichtet. Ja, und wir würden uns freuen, wenn dieser neue Fachtag auch mit lichtstarken Mikroskoden ausgestattet werden würde. Gerade in der Oberstufe könnten wir da noch besser erzählen und untersuchen. Und für mich wäre es ein ganz toller Aspekt als Fachberater für Biologie, da ich hier als Multiplikator tätig bin und die Schulen im Umkreis versorge, wenn wir anhand unserer neuen und modernen Ausstattung von der Firma Zeiss natürlich mit den neuen Mikroskopen und mit den neuen digitalen Endgeräten Schulungen durchführen könnten, die uns auch als Schule und als Standort extra weiter etablieren. Ausverunterrichtlich wäre es auch eine sehr große Motivation dann weiterhin auch tolle und spannende Projekte bei Jugendforscht anzubieten. Musik Wow, das ist eine neue Wachtag. Und schau mal da oben, da sind vielleicht unsere Klasse nicht mal für nächstes Jahr. Ja klar, für Chemie, Naturwissenschaft, Technik und Biologie. Und da kommen die neuen Mikroskope hin. Nice. Aber dafür kommt sie als Sponsor. Nice. Musik 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 Untertitelung. BR 2018